So, ja. Sorry für die Doppelaufnahme. Ich hab's verkackt. Ich probier's nochmal. Das ist ganz, ganz easy, da wieder hinzukommen. So, ich beschleunige das ab jetzt. Willkommen zurück. Ne, wir haben's nicht geschafft. Ja, wir haben durchgehalten. Man sollte uns Verstärkung suchen, ehe sie zurückkommen. Das wird wohl nichts mehr wahr. Meinst du, dass ich das hinkriege? Das wird schon. Ja, wo ich bin. Wir haben nicht mal ein Drittel geschafft und wir haben schon ein Drittel. Wohl, nee, wir haben in der Zeit, glaube ich, gerade erst verloren. Können wir mal eine Zusammenfassung machen, was wir geschafft haben? Das dauert nicht so. Also, ich hab alle Wegmarken, dann hab ich, mir fehlt eine Heldenherausforderung. Ja. Mir fehlen von, ich hab 18 von Sehenswürdigkeiten. Dann hab ich 19. Und, äh, 4 Panora-Amen. Dann hab ich 5. Naja. Oh. Fehlt auch noch 1 von 6 Sehenswürdigkeiten. Also, mir fehlen noch 7 Sehenswürdigkeiten. Mir fehlt die hier. Ja, mir auch. Die da. Lustig wäre, wenn es die Entwickler zuschauen und das sehen. Die da. Ja. Ähm. Die da. Die fehlt mir. Ja, das ist richtig. Da hab ich noch gar keine gefunden. Ähm. Ja, die da. Was? Die fehlt dir, oder was? Was? Die Sehenswürdigkeiten. Boah, scheiße. Ich muss durch dieses, durch dieses eine Drehding muss ich durch. Da hab ich noch nicht mal eine gesehen. Ich bin noch nie im Kampf. Der fehlt mir. Genau, und das, das hier noch, ne? Ja. Und halt hier in der Mitte. Ja. Und warum hast du jetzt mehr als ich? Stimmt, der fehlt mir auch noch. Hallo, Ladezone. Wie geht's? Wir laden mal ein bisschen schnell in diesem Material. Du bist die Tipe. Ja, bis hier überhaupt. Mir kramt nicht an. Genau. Eins. Drei. Drei. Vier. Fünf. Hopps. Gleich müssen die Helikopter kommen, okay? Und die, und die anderen seh ich gar nicht. Sechs und sieben sind komplett unbekannt. Okay, ich seh auch noch fünf von den sechs, die ich nicht hab. Ich hab nicht mehr viel Zeit, das stimmt. Ich hab auch nicht mehr viel Festplatter eigentlich. Ich hab auch nicht mehr. Außerdem ist es schon zwei Uhr. Ich muss eigentlich dringend aufhören. Jo. So. Ich will in dieses Dring-Ding-Ding. Ich will doch in dieses... Toll. Madame, nächstes Mal nicht sterben. Danke. Dann gute Nacht. Bis morgen und bis nächste Woche. Jo. Tschüss. 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 Ah, das ist eigentlich schaffbar. Kriegt man eigentlich so Erfahrung, wenn man einfach so auf der Karte ist? Toll. Was war denn das jetzt gerade für Move hier? 2 Minuten für den Helikopter. Das sind 2 Minuten, dann kommt der aber. Scheint so. Naja, dann mach ich noch ein bisschen... Bis der kommt und dann höre ich oben auf. Aber ich würde gerne den Exploit auslösen hier. Profit halt draus schlagen, ne? Ich guck mal hier mal um die Ecke. Vielleicht ist da doch irgendwie... Diese Steine sind auf jeden Fall die Decke der Höhle. Alter, diese Geräusche, ne? Äh, jetzt hab ich glaub ich... Na, vielleicht komm ich da rüber. Wenn wir nur dahinter gucken, was da ist. Naja, das gleiche nochmal. Nichts. Ich bin so ein bisschen wieselig gerade. Ich versuche gerade, äh, einen Weg zu finden, den die Entwickler nicht vorgesehen haben. Und dass man hier schon hinkommt, das ist eigentlich schon rechtswidrig. Ich will daraus sogar Profit schlagen. Das ist der andere, das ist vollkommen wirkungslos, ja. Oh, naja, vielleicht klappt es ja... Äh? Siehste? Wo bin ich jetzt hier? Hier kommt man sogar hin von außen. Also, man kommt durch das versteckte Welt, ja? Von oben irgendwie durch. Das ist aber eine Wette daran... Oh, scheiße, denn da hier bin ich... Achso. Ne, warte mal. Ja, natürlich kommen wir von hier aus hin. Nein, du sa... Oh, Mann. Du verdammtes... Oh, du Stück Scheiße. Du bist so kacke, weißt du das? Du dreckiges Arschloch. Wie kannst du das wagen, mich dann anzugreifen, wenn ich da jetzt endlich da bin, um zu gucken? Okay, links vom Exploit ist nix. Ich muss wirklich durch diesen Trummelwirbel da... Durch den Trummelwirbel und dann Profit. Und wo bin ich jetzt gelandet? Voll runtergefallen. Super. Wo sind denn die Helikopter eigentlich? Wegstation der Vereinten Nationen. Da wahrscheinlich, ne? Ne, beim Paktlager. Genau. Kommt aber gleich erst. Gerade ist mir noch nicht klar. Wie lange brauchen die, bis die fertig sind? Kann ich noch am Exploit versuchen? Sieht man das irgendwo? Ach, zwei Minuten, das schaffen wir. Ja, so schaffen wir es bestimmt nicht. Wenn man dann immer da runterrutschen muss. Ja, ja, ja. Das hast du verkackt. Ja, 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 ja. Du kannst dich weg, so zu sagen. Ach Mensch, hör auf, hör auf deine Aranke runterzurutschen hier. Ich will hier rauf. So, und dann... Hops. Und hüpf und hüpf. So. So, merken. Ich muss am besten in diese Richtung hier. Und da irgendwie auf diese Steine landen. Die da in der Luft hängen. Ich denke mal, wenn ich da drauf lande... Oder landen kann. Wo müsste das eigentlich gehen? Ey, seit wann kann ich denn da nicht lang? Geh doch. Ist echt nicht viel Zeit. Scheiße, ich bin schon wieder da, wo ich nicht sein soll. Also... Ah, der Hubschrauber ist da. Schön für den. Ja, Mann. Ich will aber das haben. Sieht doch auch so aus, als müsste man hier hoch... Dann nicht. Dann haben wir es verkackt. Aber den probiere ich nächstes Mal wieder. Irgendwie ist das doch machbar. Man kommt doch von da um die Ecke. Kann man doch nicht sagen, dass das nicht gewollt ist. Das ist definitiv gewollt. Das ist nur verdammt schwer. So, klar. Ob nach oben. Können auch, wie lange die Baumkronen über dem Packlager entdeckt. Oh Gott, das ruckelt ja wieder wie Sau hier. So, ähm... Wartet der Materialchen entdeckt. Okay. Das sieht ja nett aus, ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man hier diesen auch denn braucht. Braucht man nicht. Nachdem ich den Exploit gesehen habe, ist in dem Spiel alles möglich. Ja gut, Baumkronen, ne? Ist ja toll. Gut. Reicht mir. Ciao, ciao.